So, die Rangers sind jetzt bei uns angelangt und die werden wir jetzt mal versuchen zu schlagen. Weiter werden wir aber die B-11 spielen lassen aufgrund der Rotation und auch der Spielpraxis für die Vorbereitung. So, erster Einsatz dann von Schmidt und Co. So, die Rangers, schottischer Klub. Ja, Verletzungen. Drei Wochen ist Baker verletzt, okay. Und Kreuzbandriss beim Jager, sieben Monate Ausfall. Ja, so bis der wieder zurückkommt. Also erst nächstes Jahr, die 100 Runde fällt damit ins Wasser. Ja, so bis der wieder zurückkommt. Ja, die Rangers, sie geben ein bisschen mehr Gas, ja, man muss auch sagen, wir spielen eben, wie gesagt, mit einer B-Mannschaft, jetzt sage ich aber erst immer B-Mannschaft mit der Reserve, natürlich, aber aus der Reserve, man denkt, mit einer A, Ferreira war A, genau, April war A, Ah, da passt man genau zum Gegner. Schmidt, 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 1-0. Sehr schön. Zauna. Jetzt ist Billig eben wieder in der A-11. Faunau. Steuers! Jahrhurt! Jahrhurt! Sachsen-Kelley went up. 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 so kann hier ist der start von normal am feld das ist ja schon gar nicht man kann ja das muss ja nicht wahr ja und das war schon zwei, zwei ich will ich ooooh schmidt auf kann ich mit 78 minuten extra dafür wieder so das war schon schmidt war es Schmidt nimmt dann sich auf die Außenbahn mit, ich habe schon gemacht, 13-2 Sieg gegen Rangers, das ist sehr gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, bis dann und dann, ciao.